Willkommen von hier aus zu Gästen. Dankeschön, dass ihr heute hier seid. Wir haben am Freitag unsere erste LP rausgebracht. Es ist Wahnsinn, dass der Laden hier so voll ist. Dankeschön, dass ihr hier seid. Für alle, die was zu trinken daran haben, es gibt noch mehr zu feiern. Ey Mann, ich muss jetzt loswerden. Ich habe mein Platinum bestanden. Prost. Nein, aber wir sind eigentlich hier, um unsere LP zu feiern, die wir jetzt am Freitag rausgebracht haben. Vor zwei Wochen bereits auf Vinyl. Sie heißt So The Wind. Das nächste Stück ist nicht darauf vertreten. Es ist auf der EP, die wir im November 2014 rausgebracht haben. Heißt... When Is Be Come. ... Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018